So, jetzt gehen wir mal weiter mit diesen Pietroltönen. Hier kann man vielleicht auch schon sehen, hier ist jetzt wieder mehr Gelb drin. Ich mache das Kalte nochmal da drüber. Also signifikante Unterschied. Das ist interessant, weil hier ist es ganz häufig, das höre ich dann immer, ja, aber die Farbe ist doch auch kalt. Ja, sie ist auch kalt, aber sie ist auch warm, weil da ist auch Gelb drin. Und immer dann in dem direkten Vergleich kann man es sehr gut sehen, in welchem Ton viel mehr Gelb drin ist. Und dann kann man schön abgleichen, was macht es mit dem Gesicht? Ja, wo, wie wirkt ihr Gesicht? Hier kommt sehr viel mehr das frische, das pinke, die Durchblutung kommt toll raus, die Augen sehen richtig gut aus. Und hier wird sie gelb. Sie sieht auch nicht schlecht aus damit. Wenn sie es als Shirt an hätte, so what? Kein Mensch würde sagen, Nadja, wie siehst du heute aus? Würde man nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat zu wählen, dann ist das Kühle natürlich wieder das etwas bessere. Das Schöne bei Petroltönen ist, dass man wirklich sehr vielseitig ist und dass viele Menschen Petrol sehr, sehr gut tragen können. Also gerade die mit den blauen oder grünen Augen, weil die Augenfarbe sich sehr gut anpasst eben auch. Aber auch zu braunen Augen sieht das sehr gut aus. Das einzige, wo es manchmal nicht so schön ist, wenn jemand so ganz warme, grüne Augen hat, dann beißt sich das auf. Das muss man einfach gucken und immer vergleichen. Also schaut den Kunden tief in die Augen. Da kann man eine ganze Menge sehen. So, und auch hier ist wieder ein gedämpftes Tuch. Und da bist du auch wieder voll da, wie Licht angemacht. Sieht ganz edel aus. Sieht total anders aus. Ja, das ist halt lauter, dynamischer. Du verlierst ein bisschen dadurch. Und hier ist voll ein Guss, so aus einem Guss, total edel, die Augen strahlen. Das ist halt dann der Vorteil, wenn man wirklich seine Farbstärke gefunden hat. Und das überzeugt auch die Kunden immer. Ich muss dann oft gar nichts mehr sagen, sondern die sagen bei jedem Tuch das Richtige. Und für mich sind diese Freestyle-Tücher in Anführungsstrichen ein bisschen auch so, dass ich so ein bisschen abteste. Wie weit können die Kunden jetzt selber da schon beurteilen? Was können sie sehen? Wo muss ich nochmal nacharbeiten? Wo muss ich nochmal was nacherklären? Damit sie das ganz gut eben auch umsetzen können. Und wenn ich jetzt noch das letzte mache, das ist auch noch ein Petrol-Ton. Mag ich auch sehr. Sieht auch super aus, ne? Der ist aber schon ganz schön warm. Kann man vor allen Dingen dann sehen, wenn man es gegen das erste richtig schöne kalte Blau hält. Ja. Und trotzdem siehst du super damit aus. Ja, deine Augen kommen gut raus. Du bist jetzt ein bisschen gelber im Gesicht, aber nur ein bisschen. Hier kommt das frische, das pinkige wieder ein bisschen raus. Weil durch das kühle eben auch die kühle Durchblutung gut unterstützt wird. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Allesigneb300 800 tp. Naja.